Die zu veräußernde 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Maintal. Die Immobilie wurde 1968 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 82 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 180.000 Euro. KP International beantwortet gern Ihre Fragen. Dann gehen Sie mit der Steiger-Wohnung. Entschuldigung für Ihre Anhaltung. Bis zum nächsten Mal.